Ich kann nicht hochfliegen. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Das war's für heute. Ey, voll nass, ey. Wow. Nicht mal trinken kann ich. Legendär, legendär. Ich bin Zweiter, ich bin Zweiter. Ja! 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 Oh, scheiße. Oh mein Tarm. Ich hab mir Mühe gegeben. Ok. Ja. Und habe ich meine Hände. Ich habe es schon heute Morgen! Das ist die Hände! Tell me now